Was zum So, wo lang? Aha Ab mit dem Kopf, ja, ja Oh je So So, vollen Druck Und Pounce Dann halt so So Oh oh Scharfrichter? Och nö Nein Ich Idiot Donkey Shot hatte bei seinen Windmühlen mehr Chancen Und lief nicht Gefahr den Kopf zu verlieren Ein diskreter Abgang Darf auch stürmisch sein Vielleicht kann ich ihn so mit Fernwaffen Wow Nein Oh Gott Steckenpferdchen Mal gucken Au Okay Scharfrichter, ich glaub Das ist derjenige Der unsterblich ist Ja, ich möchte fortfahren Und das bedeutet also, dass Ey Sehr schön So, gleich kommt der Scharfrichter Und vor dem Wird ich wahrscheinlich flüchten müssen Au Perfekt Weil das ist dann doch ein bisschen zu herb der Gegner Der Scharfrichter Lass mal nach hier hinten locken Und weg hier Ich Idiot Donkey Shot hatte bei seinen Windmühlen mehr Chancen Und lief nicht Gefahr den Kopf zu verlieren Au Ein diskreter Abgang darf auch stürmisch sein Jetzt bin ich in der Falle Verdammt, wie soll ich denn den besiegen Mit der Pfeffermühle Wow Oder doch mit der Teekkanne Volles Rohr Und warum leuchtet der rot Muss ich den mit einer bestimmten Waffe Wie soll ich den denn Jetzt war auf einmal Warum ist jetzt die Tür auf einmal offen Die Tür war doch zu Oh Gott On Pounce Pounce Ja, ja. Ja, ja. Passt schon. Volles Rohr und... Danke. Boah, ich hoffe, dass der jetzt nicht so schnell durch die Tür kommt. Gerade mache ich's Maul zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und tschüss. Oh Gott. Ah, da ist seine Alice-Erinnerung. Lebensenergie. Kann ich gut gebrochen. Ist er weg? Der Hüte der Königin verlässt nur selten sein verdrecktes Versteck. Aber du bist etwas Besonderes. Wie darf ich das jetzt verstehen? Lass mal an der Kette ziehen. Er verlässt nur selten sein verdreckiges Versteck. Aber ich bin etwas Besonderes. Warum? Dass ich es verlasse oder was? Ich gehe jetzt nochmal zurück. Oh. Ja. Die eigentliche Funktion einer Waffe ist nahezu Nebensache. Letztlich ist sie nur so gut wie die Person, die sie handhabt. Oh ja, das stimmt. Energie. Jetzt gehe ich hier nochmal zurück. Was ich nicht mache. Oh Gott. Der wird dann allzu da wahrscheinlich dann durchkommen. Oh Gott. Ja, genau jetzt. Nein, doch nicht. Sonst noch Wünsche. Und drauf. Und. Drauf. Komm. Kriegkanone. Die Kanone. Und hier noch. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Adrenalin pur. Ich will nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank. Aber irgendwie habe ich das ge... Och scheiße. Au. Au. Und schuss. Und schuss. Und schuss. Und schuss. Oh Gott. Ich bin nicht da. Nein. Nein. Meine schöne Lebensenergie. Ich bin tot. Ja, lach du nur. Toll. Toll. Na, der Kollege hier ist hinüber. Teil, der verfallt, der ist hinüber. Ich muss mich umbringen lassen. Ja. Flasche. Flasche. Och nö. Nö. Renn, Alice, renn, 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 renn. Denk, du kommst hier ab. Und schuss. Och scheiße. Das war eine schlechte Idee. Und schuss. Woa, 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 woa. Und schuss. Suche die Königin. Ignoriere ihren Schwur, Eindringlinge zu köpfen, aber auf eigene Gefahr. Gott sei Dank. War ich gerade in dem Hysterie-Moment. Woa, 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 woa. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aha. Einmal Lebensenergie auffüllen. Juhu. Ich muss noch viel mehr Lebensenergie auffüllen. Wenn's irgendwie geht. Gibt es hier was Geheimes? Nein, aber mich erwartet gleich wieder eine ganz böse Überraschung. Erstmal hier hin. Zwei Zähne einzammeln. Dann werde ich dort mal hochgehen und dann erst durch die Tür. Na toll. So, Bombe. Warum sehe ich jetzt erst hier das Lilien? Äh, die Schrumpffeilchen. Jetzt werde ich jetzt mal die Energie komplett vollfüllen. Dauert jetzt aber. Das ist mir sowas von egal. Bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.